Es ist ganz, ganz wichtig, also seid so gut. Hallo! Ja, das ist ganz wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also es ist nicht die Grabstätte von Harald Pfarrhage. 14.37 Uhr, machen wir 14.40 Uhr, halbe Stunde. Toll! Hier ist echt keiner durch. Vielleicht kommt sowas vielleicht, ah, ihr Sohn, ihre Tochter, müsst ihr ihn auch immer. Vieles ist es aber auch, oder wenn man jetzt mal Lachs aus Deutschland, wenn man Lachs einkauft in Deutschland sieht man immer wieder.